Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 3. Januar 2024. Ja, es ist wieder ein Jahr rum. Du hörst die Geek Talk Daily 1373 und heute ist die Episode eine ganz kurze. Es gibt einen kleinen Hinweis. Ich möchte zuallererst euch allen ein schönes und erfreuliches neues Jahr wünschen. Ich hoffe, ihr seid alle gut über die Weihnachtszeit gekommen. Ich hoffe, ihr seid gut in diesem neuen Jahr gelandet und habt auch mit euren Freunden, Bekannten, Verwandten und oder eben auch mit denen, denen ihr wolltet, die Zeit verbringen können und besser gesagt vor allem auch viel von der Zeit verbringen können. Ich hoffe, ihr habt gut gestartet. Ich hoffe, ihr habt schöne Pläne und oder auch nicht. Das kann ja jeder machen, wie er möchte. Mein Reiner hat noch keine Pläne für das ganze globale Grosse gefällt. Das liegt unter anderem daran, dass am Donnerstag, sprich morgen, ein Gespräch ansteht, das ein bisschen was in Richtung hin und zurück oder vorwärts oder drüber und drunter oder wie auch immer bringen wird. Was es genau für euch bedeuten wird als Hörende dieses Podcasts, das kann ich euch noch nicht sagen, werde ich aber so schnell wie möglich. Denn es ist noch eine zweite Entscheidung, die offen ist, die aber in den nächsten eineinhalb Wochen passieren sollte. Es kann also sein, dass bis dann noch die eine oder andere Episode rausfällt. Was nachher passieren wird, das Daily-Format, wird weitergehen. Wahrscheinlich einfach nicht so Daily, wie ihr es zu Anfang an gewohnt wart oder vielleicht wieder voll in Daily. Das hängt von diesen beiden Entscheidungen ab. Somit bitte ich euch noch ein wenig um Geduld und Verzeihung, falls nicht täglich eine Episode rausfällt. Ich danke allen, allen unter euch, die hier dem Format dennoch treu geblieben sind, auch wenn die Episoden deutlich rar geworden sind. In diesem Sinne, ihr werdet es bald mitbekommen. In der Insta-Story werde ich sicherlich das eine oder andere mal klein anteasern, aber noch viel mehr für euch Hörenden. Ihr bekommt es hier im Podcatcher dann mit und zwar als Erste da draussen. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen und vor allem erfolgreichen Tag und wir hören uns bald schon wieder. In diesem Sinne, bis dann, dein Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.